Zuverlässige Quellen deuten nun darauf hin, dass Megan Markels Bildungshintergrund möglicherweise nicht so ist, wie erscheint. In einem schockierenden Interview hat Megans entfremdete Halbschwester Samantha Markel aufsehenerregend behauptet, Megans Universitätsabschluss sei völlig erfunden. Laut Samantha hat Megan nur die Grundschule abgeschlossen und nie ein College besucht, was ihren langjährigen Behauptungen widerspricht. Samantha hat Beweise zur Untermauerung ihrer Anschuldigungen vorgelegt und Megan beschuldigt, ihre Qualifikationen unehrlich aufgebläht zu haben, um ihre Karriere und ihr öffentliches Image zu verbessern. Diese Enthüllung stellt die Erzählung in Frage, die Megan und Harry aufgebaut haben, indem sie sich für marginalesierte Frauen durch Bildung einsetzen. Megan hat sich selbst als Vorbild für höhere Bildung dargestellt, da sie an der Northwestern University in Illinois studiert und Theaterwissenschaften und internationale Beziehungen studiert hat. Dieser Bildungshintergrund soll sie für die weltweite humanitäre Arbeit bei Organisationen wie INWMEN gerüstet haben. Samantha behauptet jedoch, dass diese Darstellung eine Lüge ist und bezeichnet Megan als ungebildete Betrügerin, die sich zu Unrechtschancen für andere zunutze gemacht hat. Während des Interviews legte Samantha Dokumente vor, aus denen hervorgeht, dass Megan vor Abschluss ihrer Ausbildung von der Mittelschule abgezogen wurde. Aus Gerichtsakten aus dem Scheidungsverfahren ihrer Eltern geht hervor, dass Megan anschließend an verschiedene nicht akkreditierten Online-Programmen teilnahm, jedoch nie ein legitimes Diplom oder einen Abschluss erwarb. Trotzdem soll Megan eine akademische Anamnese erfunden haben, einschließlich falsche Abschlussdaten und erfundene Aktivitäten auf dem Campus. Samantha deutete auch an, dass Megan manipulative Taktiken anwandte, um sie in Werbematerialien von den PR-Abteilungen der Universitäten als Absolventin hervorheben zu lassen und so die falsche Darstellung ihrer Bildungsleistungen aufrecht zu erhalten. Insidern zufolge enthalten Meghans Hochzeitsprogramme und die Literatur der Archwell Foundation auch falsche Behauptungen über ihre Qualifikationen. Als sie mit diesen Anschuldigungen konfrontiert wurde, reagierte Meghans PR-Team schwach, verteidigte sie als Selfmade und warf Samantha Eifersucht vor. Allerdings scheint die Dokumentation dieser Verteidigung zu widersprechen, und selbst diejenigen, die Megan während ihrer frühen Zutztage kannten, geben zu, dass sie ihren Hintergrund oft übertrieben hat, um Castingdirektorinnen und Produzenten zu beeindrucken. In der Zwischenzeit erhielten wirklich verdiente Absolventen nie die Chancen, die Megan aufgrund falscher Vorspiegelungen erhalten hatte. Diese Situation stellt Megan als Betrügerin und Heuchlerin dar, die davon profitierte, vorzugeben, sich für die Unterprivilegierten einzusetzen, obwohl sie selbst ungebildet war. Es ist erstaunlich, dass sie sogar eine Abschlussrede vor College-Studenten gehalten hat. Kein Wunder, dass die königliche Familie hinsichtlich ihrer Prioritäten und Pläne vorsichtig wurde. Samantha deutete auch an, dass dieses Jahrzehnt möglicherweise zum Streit mit anderen Verwandten beigetragen hat, darunter auch mit ihrem Vater Thomas, der sich weigerte, diese Lügen zu vertuschen. Diese Enthüllungen sind schädlich und es scheint, als hätten wir nur den Anfang gesehen. Quellen deuten darauf hin, dass Samantha plant, sich in den kommenden Wochen weiterhin zu äußern und möglicherweise weitere angebliche Unwahrheiten Meggans ans Licht zu bringen. Die Schadensbegrenzung in der Villa der Sussexus in Monaco muss auf Hochtouren laufen, und Hollywood wird aufmerksam beobachten, um zu sehen, wie sich dieser Skandal auf ihre zukünftigen Unternehmungen auswirkt.